moin moin ich bin's euer flatti herzlich willkommen zu einem neuen video von mir wie ihr seht habe ich endlich mal wieder eine glatze naja fast die haare sind schon mittlerweile ein kleines bisschen nachgewachsen aber nicht nur eine glatze habe ich sondern ich habe mir auch die augenbrauen abrasiert so ich komme mal jetzt ein bisschen nach vorne damit ihr das sehen könnt und was sagt ihr dazu dass ich mir die augenbrauen abrasiert habe sieht doch toll aus oder wieso habe ich das gemacht ganz einfach ich hatte einfach irgendwie bock drauf gehabt wenn man die ganze zeit in der bude rumhockt dann kommt man auf irgendwelche verrückte ideen und die augenbrauen abrasion war eine der verrückten ideen gewesen kommen wir nun zu einem anderen thema vor einiger zeit habe ich einen remix zugeschickt bekommen da haben ehrenflag die fans ein remix über mich gemacht der geht ungefähr eine minute und der ist richtig gut geworden also ich feiere den remix mega da bin ich am überlegen ob ich da vielleicht ein reaction video dazu mache aber dazu muss ich mich erst mal noch mit dem urheberrecht ein bisschen mehr befassen denn ich habe keine keine lust auf so ein video ein urheberrecht zu bekommen so das war es jetzt auch wieder mit dem video ich hoffe euch hat dieses kurze video gefallen und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt wartet noch